Wie soll denn das gehen? Aber wir können ja nicht springen, wir können ja nur laufen. Bei den Ketten ja was machen, nö. Ja, sag ich doch. Sehe ich ganz genau so. Also die Frage ist ja sowieso, müssen wir jetzt da haben, wo es leuchtet oder müssen wir da haben, wo die Tür ist? Das wäre die Frage. Also wir müssen entweder da... Aber wir können ja nicht da hinspringen. Wir können sich ja nicht festhalten, nix. Was haben wir noch für Tast? Zapp. Rautschen. Rautschen bringt ja auch nix. Ah, ich habe ein bisschen zu Ende, das ist mein Letten, hör mal. Sorry. Haben Sie irgendwo einen Hebel? Ja. Ja, um auf, da runterzufallen, ist ja albern. Ist ja wohl ein Schalter oder sowas. Sind wir zurück. Ja, das ist ja auch schön. Ja. Ja, das ist ja auch schön. Dankeschön. Äh, hier ist doch nix. Du kannst ja auch nix mitnehmen oder so. Da waren wir doch schon. Oder? Gehen wir mal hier durch. Ja, blenden Sie mich ruhig. Da sind wir hergekommen. So. Mehr gibt's nicht. So, es gibt keinen anderen Weg hier. Es gibt nur komische Fässer. Und der Typ, der uns gerade erschreckt hat, der ist schon wieder weg. So, hier ist ein Fass. Ich schläge den Fass im Boden aus. Da ist er wieder. Hi! Ja, ich weiß, Sie suchen auch. Das ist verwirrend hier. Machen Sie sich keine Gedanken. Das geht mir genauso. Alles in Ordnung. So, da können wir nochmal durch. Aber da sind wir jetzt gerade durchgelatscht. Also, ich glaube nicht, dass wir da noch einen anderen Weg finden. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Gibt's, glaube ich, nicht. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? I am again, again, again and again. I am, ich kann's ja nichts machen. Da hätte ich gedacht, wir müssen vielleicht die Platten bewegen. Aber dazu müsste der springen können oder sowas. Oder, dass wir uns irgendwo festhalten können und vielleicht die Platten bewegen müssen. Dass es an den Ketten dann rübergezogen wird oder so. Aber ist nicht. Oder müssen wir schneller laufen? Warte mal. Warte mal. Nö. Ja, you died. Das ist mir aufgefallen. Danke. Sehr positiv gesehen. Müssen wir den Typen hierher locken? Vielleicht? Den, äh... Aber was soll der denn hier machen? Der rennt ja nur so. Äh, äh, ich bin Zombie. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ein Stein. Ach, Menno. Also sonst rege ich mir bei Spielen ja mal auf, wenn die doofe Hinweise geben. Hier wäre ich jetzt froh, wenn ich einen doofen Hinweis hätte. Ich weiß, ich kann nicht springen. Ich drücke immer die Taste, Leertaste, weil ich hoffe, ich kann da noch springen. Ja. Ich hole mal meinen Kaffee. Das ist auch schön. Sekunde. Das ist auch schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 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 jetzt ruhig ist das Kaffee, hört mal zu. Ich weiß nicht, ob man gehört hat. So, wir gucken jetzt noch zwei Minuten. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, da haben wir schon 8,5 Stunden, aber ich habe eigentlich nicht noch... Das wäre jetzt schön gewesen, wenn man das dann so hätte, so noch eine halbe Stunde zum Ende führen können, das Spiel. Aber irgendwie finde ich den Weg nicht raus. Wie heißt das Spiel denn nochmal? Die Tür in der Grab, äh, die Tür in der Grab, ne. Die Tür im Basement, ne, genau. Ja, und wir haben immer noch keine Flashlight gefunden. Ich weiß nicht, warum. Der sagt das ja zwischendurch, eine Flashlight. Oder ich habe keine. Das ist wirklich die Frage, was machen wir. Sollen wir mal versuchen mit dem, aber der wird uns auch hauen, oder nicht, der Typ? Das ist die einzige Möglichkeit, aber was soll der machen? Vielleicht ist der Versuch, auf so eine Plattform zu kommen, die irgendwie anstößt. Und dadurch verschieben sich die Plattformen vielleicht. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was man da noch könnte machen. Ja, machen könnte, wäre jetzt besseres Deutsch. Dankeschön. Ach, guck mal. Ach, guck mal einer hin. Guck mal, ich bin gleich wieder da. Ja. There is no rule, but there rule. Ja. That game is, äh, Das Spiel ist verkackte Kacke. So, wo ist denn jetzt der komische tote Typ? Der hier rumrante. War der hier? Nee, der war hier vorne, ne? Hallo, Sie halbnackter. Wo waren Sie denn? Ah, hier nicht. Je veux a naked man. Ich brauche einen nackten Mann. Hallo. Die Grafik ist der Hammer, ne? Wow. Wow. Ach. Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal einer an. Man kann doch mal die Treppen rauf gehen, ne? Nee, ne? Oh, hi. Ich habe das alleine geschafft. Danke. Turn. Och, nö. Hatte jetzt einer eine Idee, wo wir hin müssen? Nö, ne? Also, wir können ja jetzt einmal versuchen, die linke Tür oder die, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Sehr verehrte Damen und Herren, die Frage, die sich jetzt stellt, ne, allgemein an alle, die hier zuschauen, also niemand, ist, welche Tür nehmen wir jetzt? Nehmen wir die linke Tür, die von hier aus jetzt gesehen links, die nicht beleuchtet ist? Oder ist es sinnvoller, da rüber zu gehen, wo es beleuchtet ist? Ich behaupte mal, es ist sinnvoller, da hinzugehen, wo es beleuchtet ist. Ist das richtig? Ja. Na, das ist ja auch dumm. Ja, das lohnt sich ja vollends. Guck mal, will mich jetzt einer verarschen? Okay, da hinten, den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Hä? Achso, der kommt gleich rauf, glaube ich, der Typ, kann das sein? Nö. Ja. Ah, wir können... Hä? Ach, nö. Ach, nö. Ach, was. Hallo. Jetzt kommen wir überall hin, ne? Ja. Dankeschön. Halten Sie den Applaus zurück. Please hold your applause. I'm fine. Wo muss ich jetzt wieder hin? Ach, da. Let's have a look, Luke. This is a fake door. This is not nice. Das ist nicht nett. Ich werde sie töten. Immediately. Quasi. Wir denken schon heute ein bisschen. Also, wir werden sie töten, literally. Behind the green door is a fake door. So, das hat ja mal super geklappt. Das ging noch locker. Easy, easy. Da war noch gar nichts. Das rätseln wir doch locker weg hier alles. Hallo. Kriegen wir denn mal irgendwas? Hallo? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist alles nur... Alles fake. Alles fake. Er wollte Flash gleich. Schon wieder ein Radio. Guck mal hier. Das gleiche Radio wie vorne. Das Radio gab es im 6er Pack. Ja. War ein Ausverkauf bei Radio Stachowski. Da konnte man das kaufen. Für ganz wenig Geld. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, ein Brief. If I had a hammer. What? Okay, wir lesen. Wir erbaut to read a letter. Wir lesen einen... Eine Margarine. Er war ganz schlapp. Zoe has gone missing. We found a place to hide and get some sleep. But when I woke up, Zoe was nowhere to be found. I've searched the surrounding area over and over again. It's been days now. She's just gone. I'm alone again. Marcus. Zoe wird vermisst. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir uns verstecken können und etwas Schlaf bekamen. Als ich aufwachte, war Zoe nirgendwo zu finden. Ich habe die Umgebung abgesucht. Immer und immer wieder. Es sind nun Tage. Sie ist weg. Ich bin wieder alleine. Ich bin wieder. Äh. Ja, das ist aber... Was? Oh! Nein. Äh, ja. Ach so. Guck mal. Da ist ein Gitter. Gehen Sie nicht, wo die Gitters sind. Gehen Sie dahin, wo nicht die Gitters sind. Wie hier. Wahrscheinlich. Ja. Sehen Sie, Gitters Free. Die Grafik ist und bleibt der Hammer. Guck dir das mal an. Ja. Da sprechen andere von... Und jetzt sterben wir nicht. Da ist ein Radio. Überraschend. Oh, wo müssen... Ah, warte mal. Wir gehen mal hier rein. Ich hätte gerne ein Flashlight. Ist der ein Flashlight? Gibt es hier irgendwo eine Taschenlampe? Eine Taschenlampe? Ein. Nicht ein. Nee, ein. Eine Taschenlampe. Je veux voudriere de lampe du teche. Du teche, du lampe. Wir müssen hier wieder her, ne? Ja. Also das Spiel ist ja spannend ohne Ende. Ach, eine Radio. Wo ich gehe. Tschüss. Er wollte uns nicht. Ich laufe immer wieder an den Türen vorbei. Kann ja sein, dass doch mal überraschend... Überraschenderweise einer aufgeht. Das ist jetzt kaputt. Ah. Ah. Oh. Ein perverso. Oh, ich muss noch nicht. Nee, es ist halb zehn. Ich kann ja noch. Ja, wir gehen jetzt Hilfe. Ein Brief. Hi. Entschuldigung. Sind sie Markus? Also die sehen alle gleich aus. Ist das jetzt die gleiche Person? Oder ist das immer eine andere Person? Nur die hatten halt kein Geld für die Grafik. Also um drei unterschiedliche Charaktere zu erstellen. Weil bei dem... Bei der Kantenglättung in dem Spiel ist das ja kein Wunder. Guck mal, wie genial das ist. Wow. Äh. Hallo. Hi. Sie haben doch gerade um die Ecke geguckt. Stellen Sie sich doch nicht so an. Können Sie mit mir sprechen? Nein. Nicht. Gut. Äh, ja. Ein schönes Höschen. Habe ich Schnauze. Während ich diesen Ort untersuchte, bin ich an einigen Maschinen vorbeigelaufen oder an einem Maschinenpark in der Richtung. Oder Maschinen. Und sie... Es wirkte sehr deplatziert. Äh, äh, was ist der Sinn oder der Zweck hinter den Maschinen? Wer hat sie gebaut? Who built it? I've tried questioning the inhabitants, but none of them would give me an answer. Don't worry about it. They'd say, how much do they know? Genau, okay, also nochmal. Was ist der Sinn und Zweck hinter den Maschinen? Ähm, wer hat sie gebaut? Ich habe versucht mit den Bewohnern, ähm, die Bewohner zu befragen, aber niemand von ihnen, ähm, hat mir eine Antwort gegeben. Mach dir keine Gedanken, haben sie gesagt. Was wissen sie? Äh, 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 ähm, hi. Göteborg, der Name. Ja. Schönen Tag. Okay, das ist das. Also das sind die Bewohner, die Inhabitants. Ruhe, ich rede gerade. Stimmt nicht, aber das weißt du ja gar nicht. Juhu, wieso stand er denn jetzt hinter uns? Guck mal auf den Brief, hat er da irgendwas hingepackt? Nö. Äh, guck mich doch nicht so an, du. Ja, die Unterhosen gab es auch wie die Radios im Zehnfachpack oder was? Wir haben alle den gleichen Schlüpfer an, ist ja grausam. So, wo sind wir jetzt überhaupt hergekommen? Ach von da. Nee. Hä? Wo sind wir hergekommen? Ach, die Türen gehen ja hier nicht. Genau, wir haben jetzt eine Taschenlampe. Wir brauchen keine Batterien, ist halt nicht geil. Etwas, was wir nicht machen müssen, ist Batterien sammeln. Wir müssen nur aufpassen, dass nackte, glatzköpfige Männer in Bordeaux-roten Unterhosen uns nicht zu stark verfolgen. Das ist bisher so ungefähr das, was passiert in diesem Spiel. Und die gibt es auch im Doppelpack, im Zehnerpack. Die gab es mit den Schlüppis. Waren wir nicht gerade irgendwo in einem Ort, wo es gegraus und es war dunkel? Wo war denn noch mal? War das hier irgendwo? Nee. Wir gehen noch mal kurz. Da irgendwo war doch ein, wie heißt das? Äh! Hör mal auf! Gerausam. Dankeschön. So, wir gucken noch mal. Vielleicht begegnen uns noch mal nackter. Ach, hier war es. Guck mal. Es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres als einen Mensch, der dir nachstellt als Beispiel und die ganze Zeit nicht sagt und freundlich grinst. Das ist, wenn an dich einer anschreien würde oder was sagen würde. Dann kannst du sagen, hör, hilf, ich renn weg. Oder heu mal jetzt auf die Fresse. Aber wenn er die ganze Zeit nur freundlich grinsend dasteht und so, halb leere Augen hat, das ist ekliger. Da ist das Radio wieder. Wir müssen noch fragen, wenn wir hier jemanden treffen, ob die die... Also pro Radio eine Unterhose bekommen haben oder umgekehrt. Pro Unterhose eine Radio. Das werden wir noch rauskriegen. Okay, wir gehen jetzt mal hierher. Ich glaube eher pro Radio eine Unterhose. Also das Spiel heißt, glaube ich, immer noch The Door in the Basement, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und durch diese verschwindende Tür sind wir jetzt irgendwie... Haaah! Wir haben in den Keller gerannt. Upsi, da ist ja was passiert. Jetzt haben wir Battlesnakes. Jetzt müssen wir da rein. Wie kann das Rohr brechen? Und zwar in dem massiven Ton. Ja, genau. Das ist Fettshaming. Ich möchte es nochmal sagen. Es ist Fettshaming. Ja, machen wir jetzt. Jo. Gehen wir nochmal da drauf, ne? Ja! Das ist ja mal spannend. Oh! Ein Rätsel. Ja, das ist auch schön. Ähm... Wir trinken gleich. Wir trinken gleich. Äh, ja. Ach, kann ich noch nicht. Das ist aber ungünstig. Ich glaube, wir trinken. Ich glaube, wir sterben. Nö. Hm. Wir haben überlebt. Also, ich sag mal so. Da sind ein paar nette Ideen in dem Spiel. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist kostenfrei auf Steam, ja? Also, das möchte ich mal dazu sagen. Und, ähm... Also, ein, zwei nette Ideen sind ja dabei. Aber der Rest ist halt... Ja, das war jetzt mal spannend. Also, hat Spaß gemacht. Mach mal so. Spannend ist auch wieder was anderes. Also, hab ich mal ein Flashlight an. What? Silence is golden, hab ich gehört. Sollte die Schnauze. Also, die Idee fand ich jetzt wirklich gut. Für das Einzige. Jetzt die Zombies oder diese komischen merkwürdigen Wesen sind nicht schlecht. Das durch die Dings laufen ist auch nicht schlecht. Die Spinne war nett. Wir haben uns erschrocken. Aber, das ist es dann auch. Ach, ist noch EM, fällt mir gerade an die Nachbarn schreien gerade. Ist, glaube ich, Fußball. Ich weiß, die Türen gehen nicht auf. Aber ich gehe trotzdem gucken. Vielleicht ist ja wieder irgendwo nackter. Schlüpferman, wo ist Schlüpferman? Ich will Schlüpferman. Gib mir deine weinrote Unterhose. Du kleines, geiles Luder. Das Luder, das braucht Puder. Da ist ein Eimer. Das ist überraschend neu. Es gibt einen Eimer. Schlüpferman, Schlüpferman. Wo ist denn unser Schlüpferman? Schlüpferman. Schlüpferman. Wo ist denn bitte unser Schlüpferman? Warum sind da so viele Käfige? Ah, die sind durchgebissen. Das soll Gefahr bedeuten. Das ist klar. Schlüpferman. Schlüpferman. Wo ist denn unser Schlüpferman? Eine Nachricht. Bitte nicht stören. Ich lese. War da auch eine Nachricht? Ich lese. Ich lese. Ich bin wieder mit Schlüpferman. Hier waren wir jetzt gerade auch durch. Ich bin gerade ein bisschen durch. Wo ist denn bloß unser Schlüpferman? Beth? Ich habe die Zöe, aber etwas hat er. Sie ist einer ihnen jetzt. Wer sie Ihnen ist. Das ist alle normalen. Is it the same thing going to happen to me? I have to get out of here. Markus. Ich habe Zoe gefunden. Aber etwas ist ihr zugestoßen. Sie ist jetzt eine von Ihnen. Waren Sie alle mal normal? Wird das Gleiche auch mir passieren? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Markus. Ja. Akkus, das machen wir. Also wir versuchen es. Wir können es nicht versprechen. Weil so langsam finde ich die Schlüpfertypen erotisch. Da ist eine Tür aufgegangen. Ich habe es gehört. Haha, es gibt eine Tür, die funktioniert. Siehst du? Wie gut das ist, dass ich immer wieder an die Tür gehe. Die erste Tür von den Gelben, die funktioniert. Der Programmieralter an Einsehen. Wir gehen rein. Da ist natürlich ein Loch in der Wand. Hallo. Oh, da ist was. Ach, oh, die Tür. Hier, dann gehen wir nochmal zurück. Juhu, ich bin's. Oh. Let's go crazy. Schlüpferman, Schlüpferman. Ich vermisse Schlüpferman. 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 Wo ist denn mein kleiner Schlüpferman? Ach so, da ist zu. Ne, da ist offen. Das ist beides offen. Ist ja schön. Ein unendliches Labyrinth. Schlüpferman. Schlüpferman. Wo ist denn wieder unser Schlüpferman? Da geht's weiter. Da geht's, äh, warte mal, geht's da auch weiter? Oder ist das jetzt hier nur diese Verarsche? Dass hier einmal rumgeht. Ach, Verarsche. Aha, hab's gewusst. Letzte gelöst. Wir haben das Spiel durch. Schlüpferman. Schlüpferman. Wo ist denn mein kleiner Schlüpferman? Ja, ich weiß. Buh. Schlüpferman. Hier geht's nicht her, ne? Ne, das ist eine Wand. Das sieht man auch. Schlüpferman. Wer ist denn wieder unser Schlüpferman? Wir müssen ein Loch fallen. Das ist nicht schön. Aber wir haben keine andere Chance. Also runter. Jetzt gibt's unheimische Musik. Weil wir hier nicht herkommen, müssen wir da durch. Ja, ich hatte es vermutet. Ja, ich hatte es vermutet. Da war was an der Decke. Da war was an der Decke. Das hat mich jetzt aber doch... Das ist wirklich schlimm, wenn in solchen Spielen so gut wie nie was passiert. Deswegen mag ich Jumpscare. Also Spiele mit großen oder häufigen Jumpscares überhaupt nicht. Weil du dich so dran gewöhnt. So wenn das wie hier passiert. Weil das Spiel ist ein billiges Spiel. Das ist kostenfrei auf Steam. Free to play. Aber wenn sowas dann passiert, das ist dann viel... Geht viel mehr aufs Herz als alles andere. Schlüpferman. Schlüpferman. Ne, da muss ich nicht hin, ne? Warte mal, da hinten war doch... Oh, da ist ein Brief. Wo ist denn bitte? Hier, Schlüpferman. Aber da ist Licht. Da geht's auch her. Es irritiert mich doch alles. Es macht mich durcheinander. Da geht's auch nochmal her. Nein. Das ist aber schlimm. Hier geht's nicht mehr her. Schlüpferman. Schlüpferman. Wo ist denn unser Lieber? Schlüpferman. Das bin ich ganz durcheinander. Ne, da waren wir doch gerade. Hä, war hier nicht irgendwo ein Brief? Ich durf. War hier nicht gerade im Dunkeln ein Brief? Oder irre... Irre ich mich gerade? War hier nicht gerade ein Brief irgendwo? Wer hat den Brief mitgenommen? Da ist er doch. Da ist er doch. Ach so. Wollt ihr den Brief lesen? Entschuldigung. Meine Nase juckt. Abattoir. Abattoir. I haven't been to anywhere I'd consider an Abattoir, but I heard someone mention it. When I tried questioning them further, they refused to say anything else. I feel I might find some answers if I can get there. Abattoir? Was ist ein Abattoir, bitte schön? Das ist ein Avatar. Moment. Wie heißt das? Abattoir. Keine Ahnung, was das sein soll. What is an Abattoir? Ein Schlachthof. Ah! Englisch für Schlachthof. Einmal zuhören bitte für den Fall, dass sie kein Deutsch können. Oder Englisch. Beides. Wenn sie beides nicht können, ist es jetzt schlecht. Also wenn sie jetzt weder Deutsch noch Englisch können, wird es jetzt schwierig. Also eine der beiden Sprachen sollten sie beherrschen. Und dann hören wir uns einmal das englische Original an. Das wäre nämlich das englische Wort für Schlachthof. Das kannte ich auch noch nicht. Abattoir. 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 Oh, jetzt sind wir schon. Abattoir. Abattoir. Das ist Englisch. Abattoir. Und Deutsch? Schlachthof. 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 Ich höre aber mit einer Zunge, die alte. Schlachthof, genau. Also es geht um einen Schlachthof anscheinend, da wo wir jetzt hin müssen. Schlachthof. Abattoir. Abattoir. Schlachthof. Schlachthof. Abattoir. Wunderbar. Jetzt verstehen wir auch den Text. Halbwegs. Der Schlachthof. I haven't been to anywhere I'd consider an Abattoir. Ich war noch niemals an einem Ort, der ein Schlachthof war. But I heard something someone mention it. Aber ich habe jemand... Hä? Aber ich habe gehört, wie es jemand erwähnt hat. Wieso hört er die Dinger? Ach, das ist Markus. When I tried questioning them further. Als ich versucht habe, sie weiterhin zu befragen, haben sich verweigert, weitere Informationen zu geben. Also, to say anything else, also etwas anderes zu sagen, aber weitere Informationen zu geben. I feel I might find some answers, if I can get there. Ich glaube, ich kann ein paar Antworten finden, wenn ich dorthin komme. Mackes. Mackes mit Schmackes. Hör mal, Mackes. Da gehen wir jetzt mal in den Schlachthof. Hör mal. Da gehen wir mal voll rein. Da kaufen wir uns mal schönen Pfund halb und halb. Und gucken mal, ob die auch Dings, wie heißt es? Hier, da gehe ich jetzt aber da nochmal rum. Hier bitte auch hier Pfeffersalz. Schön Zwiebeln. Und dann stimmt das Ganze. Waren wir da schon drin? Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Da sind wir gerade hergekommen. Da war er tot. Okay, das haben wir gerade mit dem Brief gemacht. Jetzt ist die Frage, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich habe mich noch gar nicht verlaufen. Hallo, keine Unrufe, bitte. Wir müssen dahin, ne? Hier ist, glaube ich, nix. Rennen oder dreimal im Kreis, du blöd Mann. Wie wird damit? Wir gehen jetzt in den Schlachthof. Vielleicht gibt es da Bock, wo ist? What? What? Ach so. Page after page The only thing you can vaguely make out are the words don't worry about it. Feintly signed M. Seite über Seite irgendwas verschmiert, krakelig geschrieben. The only thing you can vaguely make out, das einzige, was man vage vermuten kann, sind die Wörter macht dir keine Sorgen. Feintly signed M. Also, Feintly ist ja dann in Ohnmacht fallend oder schwach signiert M. Markus wahrscheinlich. Okay. Also, mein PC ruhrt bei dieser Grafik ungefähr so stark, als würde ich wirklich arg spielen. Das ist unglaublich. Oh. Ich habe eine Taschenlampe. Ich bin bewaffnet. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Flaschflug Flutschleit. Hallo. Was, gebe ich jetzt ein Labyrinth? Ach nö. Da haben wir jetzt aber genug von. Hä? Eine Tür. Ja, die ist nicht zu offen. Ja. Ja, ich weiß. Guten Tag. Grüß an die Familie, nicht? Das macht mal Spaß. Da ist jemand, aber wir gucken einfach nicht hin, weil uns das überhaupt nicht angeht. Wer da jetzt rumrennt oder nicht. Wir gehen nochmal runter. Und wir gucken mal, was wir da finden, nicht? So, können wir hier immer hin? Ich glaube, wir können hier krautzen, nicht? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Juhu. The Door in the Basement. Thanks for playing the demo. If you enjoyed it, consider wishlisting the game on Steam to be alert when the full game is released. Thank you. If the full game is ever released, I suggest graphics. Graphics. Just graphics. Thanks for writing. Thanks for writing. We canogoen Clouds. I really recommend it. Thanks for library. I really need to thank you for neurologisting really inside business. Vielen Dank.